Nächste Haltestelle, S-Bahnhof Babelsberg-Schulstraße. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Übergang zum Bus 690 und 693 und zur S-Bahn. Last stop. All passengers are requested to leave the bus. Bus 616 nach S-Bahnhof Griebnitzsee. Nächste Haltestelle, Rathaus Babelsberg. Übergang zur Tram 94 und 99. Nächste Haltestelle, Spindelstraße. Nächste Haltestelle, Karl-Lieb-Knecht-Stadion. Nächste Haltestelle, Sternwarte. Nächste Haltestelle, Schloss Babelsberg. Nächste Haltestelle, Karl-Marx-Straße, Bering-Straße. Nächste Haltestelle, Hermann-Maas-Straße. Nächste Haltestelle, Scheffel-Straße. Nächste Haltestelle, Goethe-Platz. Nächste Haltestelle, Plantagen-Straße. Nächste Haltestelle, Rot-Dorn-Weg-Stahnsdorfer-Straße. Nächste Haltestelle, Lindenpark. Nächste Haltestelle, Stahnsdorfer-Straße, August-Bebel-Straße. Nächste Haltestelle, S-Bahnhof Griebnitz-See-Süd. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Übergang zum Bus 694-696 zur S-Bahn und zum Bahnverkehr. Nächste Haltestelle, all passengers are requested to leave the bus.